Brutality Hi, wir sind Brutality und wir rocken heute am Brandwagen. Wir sind Brutality und wir rocken heute am Brandwagen. Wir sind Brutality und wir rocken heute am Brandwagen. Mittwoch, 19. August 2009. Alex, David und Oli von der Wiener Band Brutality bereiten sich auf ihre drei Auftritte im Rahmen der PULS4.com Friday Night am Red Bull Brandwagen vor. Guten Morgen! Die Sachen sind bereits gepackt. Jetzt muss nur noch eingeladen werden. Der erste Gig findet am Wiener Naschmarkt statt. Zu früher Stunde sind bekanntlich schon viele Leute am Naschmarkt unterwegs. Und diese staunen nicht schlecht, als plötzlich der Red Bull Brandwagen halt macht und die Band beginnt, ihr Equipment aufzubauen. Nach ungefähr 20 Minuten ist es dann soweit. Brutality legt los. Viele Leute bleiben stehen und sind verwundert über dieses einzigartige Spektakel und zeigen ihre Begeisterung mit Applaus. Doch Brutality haben keine Zeit, um sich auf ihren Lorben auszuruhnen. Denn es geht gleich danach schnurstracks zum Neusshütersee, ins Strandbad Bodersdorf, wo der Aufbau recht zügig von starten geht. Nach einer kurzen Abkühlung im See beginnt die Band mit ihrem zweiten Set. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Gegenüber der PULS4.com Friday Night äußern sich Brutality zur Musikszene in Österreich. Was die heutigen Auftritte auch wieder gezeigt haben, Rockmusik in Österreich ist so eine Gratwanderung zwischen Gut und Böse irgendwie. Also einerseits ist es Lärmbelästigung, das was die Leute belästigt, andererseits bringt es auch wieder Leute zusammen, das ist toll. Und ich glaube, die Bevölkerung weiß nicht zurecht, damit umzugehen. Die letzte Station des heutigen Einsatzes ist der Berliner Rathausplatz. Dort befragen wir das Publikum über Nachwuchsbands und deren Chancen in Österreich. Es gibt sehr viele aufstrebende junge Bands, leider hört man zu wenig von ihnen in den großen Radiosendern. Hätte man nicht gedacht, dass das legal war, aber wirklich super. Jederzeit wieder. Rotality kommt jedenfalls gut an. Uh, 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 wir haben liebsten vorgegangen, hätten mitgetanzt. Innerhalb kürzester Zeit füllt sich der Platz vor dem Red Bull Brandwagen mit begeistertem Publikum. Gitarrist und Sänger Alex gibt sich jedoch Bescheid. Ja, das letzte Konzert hat den ganzen Tag eigentlich gut genannt. Der Tag war ein voller Erfolg. Und wer wissen will, wann Rotality das nächste Mal auftritt, der sieht am besten auf ihrer Homepage. www.brutality.at Dankeschön!